Warte mal, jetzt! Läppchen für die Augen, oder was? Handcreme, würde ich sagen. Handcreme, auch schön. Und natürlich was Goldenes für die Hüften. Pralinés von Klöckler. Zeig dir mal. Guck dir mal. Vom Lieben. Toll. Und einen schönen Brief hat er uns dazu geschrieben. Vielen Dank, Thorsten. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und 365 sonnige Tage wünschen wir dir. Tschüss!